Es ist kurz nach 8 am Mittwoch. Die Beleuchtung bleibt ausgeschaltet, die Kinder stehen im Kreis um einen mit Teelichtern beleuchteten Tisch. Die Klasse 4b trommelt auf Kongas und singt. Die Grundschüler am Babenend lernen, mit den Ressourcen der Erde sorgsam umzugehen. Sie beteiligen sich mit 23 anderen Schulen am städtischen Aktionstag Oldenburg dreht ab. Thematischer Schwerpunkt sind in diesem Jahr die 6R. Refuse, Reduce, Recycling, Repair und Rethink. Mit ihnen als Wegweiser für Konsum- und Lebensmittelentscheidungen kann jeder einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, sagt Christel Saar vom Regionalen Umweltbildungszentrum.